Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu JavaScript. Heute machen wir ein paar kleinere Sachen zu Ausgaben, denn so richtig Ausgaben kann man in JavaScript nicht so einfach machen. Da braucht man tatsächlich auch ein paar Funktionen dafür. Eins habt ihr schon kennengelernt, wir können einfach den inneren Block von unserem HTML, also zum Beispiel das hier, verändern und dann sagen, hier hätte ich gerne, dass das da steht. Aber das ist ja nicht so ganz sauber, also das ist nicht wirklich eine Ausgabe, wir können aber mit JavaScript auch direkt irgendwas ausgeben. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Wenn wir hier zum Beispiel schreiben würden, document.write, das ist auch eine Funktion, braucht also diese Klammern und hinten dran kommt wieder ein Semikolon, denn danach sind wir schon fertig. So sieht im Prinzip ein Standardstatement aus. Also am Anfang habt ihr, was ihr machen wollt, dann habt ihr wahrscheinlich einen Funktionsaufruf und dazu braucht ihr diese Klammern und am Ende dieses Semikolon. So, und hier rein kommt jetzt, was ihr ausgeben wollt. Also sowas wie ein Output in JavaScript. Ups, Script, genau, JavaScript. Okay. So, wenn wir das jetzt ausführen, da kommt es natürlich dann stark drauf an, wo ihr euer Script laufen lasst, also wo das Ganze steht. Wenn wir uns das Ganze mal angucken hier, dann steht da ein Output in JavaScript hier unten im Schatten, seht ihr es noch. So, ähm, es ist natürlich nicht so toll, kann man aber auch woanders hinpacken, zum Beispiel innerhalb unseres Diffs einfach hier rein. Und dann sehen wir, dass hier ein Output in JavaScript einfach direkt hinten dran kommt und diese ganze Formatierung, die ihr für eure Diff hier benutzt habt, also zum Beispiel, dass wir die, ähm, ich glaube wir hatten die Schriftart geändert, ich glaube wir hatten auch noch die Größe geändert und so weiter und so fort. Das wird alles auch übernommen, denn es ist ja auch ein stinknormaler Output dann. Das wird einfach sozusagen als Paragraf hier unten rein interpretiert, direkt da, wo dann auch euer Script steht. Okay, so, dann haben wir noch weitere Möglichkeiten, wie gesagt, wir können auch in der HTML modifizieren, aber das habe ich euch letztes Video schon gezeigt. Aber was wir auch noch machen können, ist, ziemlich interessant, wir können ein Alert starten, also so einen kleinen Fenster Warnanzeige, ich zeige es euch einfach mal direkt, was hier passiert. Das tun wir, indem wir sagen, Window.Alert und das ist dann sozusagen unser Alarmfenster. Hier wollen wir allerdings jetzt nicht das ausgeben, sondern Alarm. Okay, zum Beispiel, wenn ihr auf YouTube irgendwas modifiziert und ihr habt die Änderung noch nicht gespeichert, ich weiß nicht, ob ihr selber aktiv Videos hochladet, wenn ihr da mal die Änderung noch nicht gespeichert habt und wieder aus Versehen aufs Dashboard klickt oder irgendwo anders hinklickt, dann warnt euch YouTube, Achtung, du hast die Änderung noch nicht gespeichert. Möchtest du sie speichern, möchtest du auf der Webseite bleiben oder wie sieht es aus mit dir? Dafür ist so ein Window.Alert sehr hilfreich, der verhindert dann zum Beispiel, dass man solche Änderungen verliert. Gut, wenn wir das jetzt mal aktualisieren, dann sehen wir hier, dass wir einen Alarm angezeigt bekommen. Der ist einfach genau hier, ich kann ihn leider gerade nicht weiterziehen, deswegen muss ich das so machen. Okay, und die Webseite lädt und wir haben noch nichts anderes gesehen. Ja, und danach erst kommt das hier. Das heißt, der Alarm, der wird sofort getriggert, sobald die Webseite geladen wird. Ziemlich interessant, vor allem, weil das Skript hier unten steht. Okay, wenn ihr den Alarm weiter hochsetzt, ändert das auch nicht wirklich was da dran. Sieht dann halt immer noch genau gleich aus. Okay, das sind sozusagen eure drei oder vier, wenn ihr das in der HTML, nein drei, ich kann nicht zählen, drei Ausgabemöglichkeiten. Also ihr könnt einen Alarm schalten, ihr könnt einfach über document.write ein paar Grafen schreiben oder ihr könnt das innere HTML verändern. Und häufig werdet ihr das innere HTML verändern wollen, aber erst nachdem ihr irgendwie eine Berechnung gemacht habt. Ja, jetzt gehen wir in Richtung Mathe, aber das braucht es auch ein bisschen, denn dafür ist JavaScript ja da. Die ganzen Animationen und so weiter, das ist ja alles irgendwie über Mathe dann gedacht. Noch ein paar Worte hier zur Syntax, wenn ich hier irgendwie ein Leerzeichen oder sowas reinpackt, so. Und danach irgendwie 100.000 Leerzeichen, das ist JavaScript relativ wurscht. Euer Statement endet einfach dort, wo das Semikolon ist und Leerzeichen werden quasi ignoriert. Das heißt, wenn ich das jetzt neu lade, dann passiert genau dasselbe wie vorher auch nur, dass wir jetzt hier die Möglichkeit haben, weil es schon mal einen Alarm gab, hier sagen zu können, nein, wir wollen keine mehr. Aber es ändert sich im Prinzip gar nichts daran, das heißt, ihr könnt Leerzeichen reinpacken, so viele ihr wollt und vor allem auch wo ihr wollt. Euer Programm oder euer Statement hört vor allem einfach da auf, wo ihr dieses Semikolon findet. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Ihr könnt auch einfach, zum Beispiel, wenn ihr hier sagt, ich hätte hier gern ein Enter dazwischen, sowas, dann ist das auch kein Problem. Ihr könnt so viele Enter reinhauen im Prinzip, wie ihr wollt. Ihr seht, dass auch meine grüne, was auch immer das ist, grüne Markierung auch weiter geht hier. Das heißt, wenn ich das jetzt ausführe, ah gut, da jetzt nicht, Strings darf man nicht unterbrechen, das ist eine Variable. Dazu kommen wir noch, eigentlich wollte ich da vorne dran unterbrechen. So, wenn ich das jetzt ausführe hier, dann kommt immer noch mein ganz normaler Alarm. Das heißt, ihr könnt ja auch Enter oder sowas reinhauen, wie ihr gerade lustig seid. Gut, ein allerletztes noch, also wie gesagt, diese Syntax hier, wie wir es gerade hingeschrieben haben, das ist relativ hässlich. Versucht ein Statement pro Zeile, dann könnt ihr es auch recht gut lesen. Und so könnt ihr auch wieder später mal irgendwann damit was anfangen. Und wenn wir gerade beim Thema Lesbarkeit und später was anfangen sind, wenn ihr euren Code mal ein halbes Jahr oder sowas nicht mehr anguckt, dann findet ihr euch absolut mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit nicht mehr darin zurecht. Vor allem, wenn es irgendwie ein großes Projekt war. Es sei denn, ihr habt schöne Kommentare, die euch erklären, was da gerade passiert. Vor allem bei JavaScript ist es wichtig, weil die Syntax jetzt nicht gerade die schönste wird. Vor allem dieser Wurstcode, den wir gesehen hatten im ersten Video. Von wegen, ich hätte jetzt gerne, dass da etwas anderes drin steht. Das ist schon relativ lang. Und damit ihr diese Lesbarkeit erhöht, braucht ihr die sogenannten Kommentare. Das heißt, ihr schreibt hier zweimal ein Slash rein. Und dann könnt ihr hier irgendwas reinschreiben. Zum Beispiel irgendwas Aussagekräftiges. Das wäre sinnvoll. Das löst einen Alarm mit Meldung Alarm aus oder sowas. Ja, und das hier wird völlig ignoriert von dem Compiler, also von JavaScript. Das wird einfach nicht ausgegeben. Das ist nur für euch, wenn ihr die Webseite irgendwann später mal wieder lesen wollt. Und für die Leute natürlich, die eure Webseite dann auch angucken. Vielleicht arbeitet ihr auch in einem Team oder sowas. Da sind diese Kommentare wirklich sehr, sehr wichtig. Deswegen würde ich euch das stark empfehlen, dass ihr da einfach ein paar benutzt. Ihr könnt sogar dieses Kommentar da hinten dran packen. Also hier hinten dran. Dann wird bis zu dem Semikolon alles ausgeführt. Und danach kommt dieses Kommentar. Das wird einfach ignoriert. Bis zum Zeilenende. Da ist es jetzt wichtig, wo die Zeile aufhört. Und die nächste Zeile, da geht es dann wieder weiter und es wird alles wieder normal ausgeführt. Aber ab diesen zwei Slashes bis zum Ende der Zeile wird dann komplett ignoriert. Wenn ihr einen Kommentar haben wollt, das über mehrere Zeilen geht, dann benutzt ihr einfach ein Slash und ein Sternchen. Dann könnt ihr hier noch einen Kommentar haben. Und dann, wenn ihr wieder fertig seid mit eurem Kommentar, könnt ihr wieder ein Sternchen und wieder ein Slash benutzen. Dann habt ihr einen Kommentar. Das geht von da bis da. Und dann wird einfach alles ignoriert, was drin steht. So kann man auch mal probieren, was passiert, wenn ich jetzt den und den Teil weglasse. Oder ihr könnt eine Funktion, die wir uns noch genauer angucken werden. Keine Sorge, ich weiß nicht, wenn sie häufig sind, aber auch wichtig. Da könnt ihr eine Funktion beschreiben damit, falls ihr mehr als eine Zeile braucht. Ja. Und natürlich auch verhindern, wenn ihr irgendwie was nicht ausgeben wollt. Also zum Beispiel den Alarm mal kurz auskommentieren. Dann wird der halt nicht ausgegeben. Gut. So viel zu Syntax, Kommentaren und Ausgaben. War jetzt noch ein bisschen mehr, als ich geplant hatte. Aber es ist alles sehr, sehr wichtig. Und manche Leute schalten nach dem zweiten Video ab. Deswegen dachte ich mir, fangen wir direkt mal mit den wichtigen Sachen an, wie immer eigentlich. Okay, dann war es das für heute. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.